jetzt gerne fenster ändern irgendwann sprinten wir so weit weg der lebt noch alles noch schlimmer wird geschluckt alle die räume hier sind so gülle drei keys für zwei silencer okay der grenade launcher ist aber im green bin bis 1000 uhr besser aber wenn ich es komplett über die ganze mehr brennen will und sterben will muss ich raus jemand Mm-hm-hm. Da bin ich wieder. Welcome back. Doch. Wo ist das? Ah ne. Okay. Es geht auch. Ähm. Spielen. Beitreten. Aktualisieren. Aktualisieren. Bitte scheren. So. Muss ja auch. Aktualisieren. Beitreten. Bestätigen. Nicey. 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 Ist halt doof, dass mittlerweile wirklich Indie-Entwickler deutlich bessere Spiele machen als Triple A oder Quadruple A. Ich hör mal Gedanken, wenn ich auf Steam geh, ein Spiel hab, wo Nothing steht, wo man nix macht und ist erfolgreicher als Triple A Titel. Ja. Ja. Weil die Leute hypen, da steht, also da steht, was man auch bekommt. Zumal, zumal die, also ich versteh's halt einfach nicht. Die Triple A Studios haben so ein großes Potenzial, ihre Community abzuholen. Die haben den ganzen, äh, hier, äh, Community Manager gedöhntes, die haben doch schon alles. Nette ist, weil Leute, die keinen Plan haben, das sagen haben. Und dann machen die, äh, mach das so, mach das schnell, zack, 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 zack und dann passt das schon. Ist halt dumm, dann kommt halt noch Bullshit dabei raus, ne? Wenn man net Leute, äh, fragen wird, die dat Spiel erspielen wollen, ne? Ist halt ripp. Ja. Oh mein Gott, hat der reingelackt. Da ist ein Spieler grad. Ja. Hätt grad weggepeakt, als ich geschossen hab. Ah, nacky. Schon noch mal? Ja, wie lebt der? Warte, weil, hä? Das waren doch grad zwei Heddies. Würde mir gerne den Gleiter bauen. Ach, das ist eh. Stimmt. Da war was. Ja, alles mit eh. Miasma-Sack. Wieder bisschen Gleiter bauen, ne? Naja. Ab zum... Gott, die, 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 die Karte muss erstmal nachhören. Ab zum Miasma-Sack. Äh, wo waren die Nummer? Ach. Jetzt da hat ein Schaff auf mich, alter. Scheiß Ernst. Relativ weit oben. Irgendwo, ne? Die waren, die waren hier irgendein... Die waren hier bei düster Dickicht. wo ich mich im portier ist ja erst mal sagt wo wir fahren mit mir auch begleiter machen kann damit wir ja stimmt weil eine gewisse person hat ja schon einen gleiter zwei leute drinnen da würde ich mich auch mal arschen wird mir schlicken weil ich hier war und nicht schön jetzt ihr leben doch warum auch einen ich habe schon eine ich bin jetzt angewöhnt dass man hier i drücken muss ja 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 das was das gmbh ist Wir steh' euch doch. Es sind drei! Irgendwann ist da drin. Ja, die rennen grad weg. Lustig. Drei, Alter. Wie verarschend. Ui. Wir chillen gegen einen. Nun, wie glaubt ihr schon? Von den Sekten. Bei, glaub ich. Ich bin gestorben. Du bist gestorben. Ich bin grad gegangen, hab mein Inventar aufgemacht und war plötzlich in der Route zurückgetreten. Ich bin stehen geblieben, war jetzt, und hab Inventar aufgemacht. Wo ist er weitergerannt? Kann man weiterhin, wenn man Inventar aufmacht? Äh, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann sein. Guck mal, mich wiederbleiben kann. Ich kann wissen, ob er innen willst. Äh. Warte. Hä? Spawnt immer wieder. Ah. Oh, der spawnt immer wieder. Ähm. Warte. Warte. Wo genau bist du denn? Wo genau bist du denn? Wilde Aussage. Der Geschwindigkeit. Jetzt geh du mal, Nico. Mit dir nachherhand. Ja, vor allem auf dem Dm60. Ähm. Oh, nee. Komm! Nee! 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 Ja, super geil! Ich bin auch red. Er will in Deutsch aufpassen. Ah, wir wiederkehren Das ist meine Leiche Hier so in die Richtung Ist das auch richtig? Nee Aber die ist in die Richtung Ein Grabstein wird irgendwie nicht richtig angezeigt, habe ich das Gefühl Ist das gut? Oh! Moment auch! Was ist das? 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 Ja, Grabstein ist irgendwie nicht richtig angezeigt worden. Fuck, ich hätte da mal hoch. Ich komm jetzt mal hoch oder heute? Ist jetzt gar nicht... War das doch meins? Glaube ja. Äh, ja. Definitiv. Lass das mal da liegen. Alles voll mit dem roten Zeug. Uff. Alles voll. Oh, da sind ja ein paar. Uiuiui. Da sind aber wirklich welche, ey. Sehr geil. Bei mir wird auch ein ganz anderer Grabstein angezeigt. Hm. Ja, ja. Bei mir war das auch der Fall. Muss auf der Karte gucken. Was ist das? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Noch ein bisschen das geile Brot spülen. Hä, ja, ja. Bitte. Ach, Gott. Oh, bei mir ist ne Nachricht. Au. No, bitte. Noch mal sterben, bitte. Nein. Ja, ich bin dead. Ach, Mann. Das ist so ein Vieh. Du nennst mich Vieh? Äh, Farian. Guck. Willst du aber schwimmen in meiner Nähe oder so, ne? Ich sterbe euch mal nochmal sehr ruhig. Ich... sehr ruhig. Wo seid ihr denn? Ich komm mal zu euch. Geht dich, euer Scheiß. Okay. Ich weiß schon mal, wer nicht meine Miasma-Säcke bekommt. Wieso nicht? Ich will nicht. Ich sag nicht. Pasen an. Okay. Nehme sie in den Ruhe. Nehme sie in den Ruhe. Äh, das ist Boss der Abyss. Woll. Sehr aggressiv, was? Was? Sehr aggressiv. Nicht mal Kevin will er helfen. Hallo. Thanks. Komm mal mit mir. Irgendwo war da... War da noch so ne... Komm mal mit mir. Hast du sick gefahren? Komm jetzt mit. Aber sicke. Bin auch schon... Dann hab ich's... Ja, da vorne kann man noch einen farmen. Wart. So. Wieder links. Ich wusste, was ist denn? Deswegen war das auch so. Ich wusste es doch. Ich musste doch noch was essen. Was kann das, wo das Fleisch lebenswut abzügt? Was? Wir wollen was. Hinten dran. Was? Ja. Ah, hier ist noch. Was zum Lesen. Die Tür habe ich geöffnet. Mhm. Und hier ist ein Respawn-Punkt. Ah, nice. Wait. Hat Tumult in den Katakomben? Ja, 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 ja. Machen wir jetzt nicht, weil der andere sich nicht weigert, hierher zu kommen. Machen wir gleich. Ich bin auch noch kurz... Ich bin auch noch kurz mal weg, mir was zu trinken holen. Tü, 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 tü. Mach das. Tü, 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 tü. Das war. Ich bin auch fertig, Herr, vitt. von meiner Erfahrung. Nein, alle degrees, alle highways. Wie ist es, ist das, was sie angew、「 Moment, kann es teaspoons rechts, Lost Tool pain, vor allem nicht dochPrince. Tü, 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 woman. Tü, 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 das ist чист, pouvez mir auch auf jeden Fall correspond auf denодно Tü. Entschuld, das ist es warm, nicht aber es wichtig? Es gab. Vielen Dank. 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 Ich habe Miasma-Säcke. Vielen Dank. Okay. Und dann habe ich nimmer danach gesucht. Ah ok. Ah, ich habe einfach so einen Miasma-Sack noch mal bekommen. Ah ne, gibst du mir gerade Teile. Ich habe dir zwei Stück geschenkt, jetzt hast du genug. Ok. Njuuu, njuuu. Njuuu. Mensch, heilen sie sich mal. One shot is one shot, was für Heile. Wo ist ja der Sinn dahinter? Na, ich bin kein Brandschrott. Mate. Ja, Mate, das ist immer die beste Amor. Hab kein Dietrich. Hab ich dabei. Nee. Ach, fucking. Hat irgendjemand noch ein oder zwei Metallschrott, die man dann zusammenpacken kann? Weil ich habe keinen. Und jetzt zwei habt ihr als Premium. Mhm. Hab keinen Metallschrott. Ja. Fabian. Einen hab ich. Ah. Wait. Ja. Vielleicht kann man hier noch irgendwie was. Holzscheite. Ah, ich glaube, das ist hier noch wirklich. Oh no. Warte, ich gehe ja mal raus. Ich, ich gehe mal, ich gehe mal Dietrich holen. Ich muss ja nur irgendwo hier rauskommen. Wo kein Miasma ist. Dürfte gleich so gleich oben der Pfeil sein. Ich freue mich, wie der hier eine Solicite ist. Ich gehe mal nur aus dem Miasma draußen. Ich gehe mal nur aus dem Miasma draußen. Ist das wo auch noch schon gespawnt oder was? So. Ich glaube, das kann schon jetzt abholen, oder? Ja, ja. Das geht kaputt, das geht kaputt. Ich komme hier wieder raus. Ah, warte mal. Geh mal weg. Ich wollte gerade sagen, weil die Tür... Die Tür ist auf. Hä? Wieso? Weil die Tür hat die ganze Zeit Damage, konnte man Damage bekommen. Ach. Man kann die Tür wieder aufspringen. Oder allgemein zerstören. Okay. Gut. Also meine Waffe ist aber fast kaputt. Das ist doch für dich. Der bekommt kein Damage davon. Der für ein Schild, Junge. Keine Ahnung, aber er hat zwar nicht gejobbt. Ich glaube gerade nur mich so an... Kronleuch... Ach du, da ist ein Kronleuchter. Nicht, dass du dir in den Kopf stößt. Wenn du jumpst. Au. Oh. Mach da weg. Ja. 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 Und ich bin mir nicht mehr drauf. Ich bin mir nicht mehr drauf. Aber da war neun Kuppenpfeiler. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Huch! Ah! So ein Ding ist das. Huch! Hier ist ne... Huch! Hier ist ne... Huch! 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 Metallschrott, zwei Stück! Yes! Handwerk, Dietrich! Ah ja! Nein! Huch! Huch! Ähm, ja! Huch! 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 Und ich geh' auch zu Уw! alles gucci weg da fangen Dunkels hier ist er auch nicht Sinn ist doch Da ist doch das irgendwie so ein Des Schleim-Dings oder was das da ist Können aber Sinn, dass das nur Lichtquelle ist Dietrich Die Katakomben ist abgeschlossen Du hast es abgeschlossen? Also ich habe es nicht ausgerüstet, deswegen sehe ich es nicht Wir kommen hier in den Rolfkin Äh, hier ist noch was mit Dietrich zum Aufmachen Was ist da? Der ist offen Oh, Post Ich sehe den Post und meine Waffe ist kaputt Meine Main-Waffe Das ist eine mega gute Idee jetzt, jetzt verdammt Oh mein Gott Ding ist Ne Dieses Scheiß-Witch-Ding, ey Oh mein Gott Äh Warum muss der, warum muss der Mage tanken Dann bin ich da Damit ich mal kann oder in der hole ich jetzt Oh Was, was, was ist Geistler-Schild Goldenes Schild drin What? Äh, hier drin sind Firebälle 2 drin Für 2 Jawoll, nice Oh Das sieht cool aus Oh Ja, dann gib mir mal dein anderes Schild Schön Direkt ins Neckstand Und du geht Oh, ich bin nicht verreckt Wobei Ich sammle jetzt, bin ich verreckt und dann verkau ich alles Wait a minute, meins ist sogar besser gewesen Das hat sogar 10 Block Nein, wenn Patrick blocken, du, der ist ja kein Schild, da ist ja nix Was ist das denn Okay Na so Ich Hier so irgendwie lang Das hat dich Na so Na so Ja Das hat mich ich hätte hier eine schriftrolle für einen herrn kevin okay ich habe noch kein einziges meine schriftrolle benutzt ich muss sie vielleicht mal benutzen okay die hier gibt 20 prozent magie schaden eine minute mehr zeit im jasma und 20 mana kosten 30 minuten an wo rennen wir hin raus links hoch geht das links bergzeugen modus wenn ich muss mal rechts gehen rechts gehen noch durch entspannt ja dann einmal hier runter ins häusle ab ins häusle und dann den gleiter bauen warte ich gehe jetzt ich gehe jetzt ich gehe jetzt ich gehe jetzt wieder zu kommen ich gehe jetzt auf den Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 da geht es los aber schon wieder dreimal in folge der sind aber das ist auch noch so ein schild die man nicht so stiefel des bogenschützen wird auf dem fall schon gegeben ich wollte sagen so war nicht so hast du schon okay die kann man nicht zerlegen das game hat gebackt ich bin der marsch meine beste waffe ist gone jetzt muss ich mir eine gemelwaffe aus der kiste rausholen und dass ich nie waffen ja in die kiste anleger sondern weil er verratet auch immer noch die magiker magia tunica und dazu bräuchte immer noch bernstein ein einziges mal bernstein gefunden die ganzen setzlinge und bau mal wieder an wir bräuchten noch wasser ganz viel wasser ich brauche eine nahkampfwaffe für mich meine nahkampfwaffe hat sich weggepackt eben hatte ich sie noch im inventar jetzt ist sie gone ich glaube der boss ist schon wieder da wtf ich übertreibe halt komplett nirgendwo chillen wir dein leben mit den ganzen bossen hier ah die die soll mal chillen alter hier war doof ich hab gern bamm bamm hat er sich durch den kopf gehen gelassen wir haben auch keine dingsbums setzlinge mehr ne ja die dingsbums sind ja ja die äh wie heißen die flachs ich habe die kompletten räume gelootet und das kriege ich 123 mickrig hat einer flachs oder haben wir das alles verbraucht und keiner hat mehr keiner hat mehr angepflanzt wofür verbraucht am flachs allein habe ich noch nie hergestellt nur verbraucht bis jetzt leine ja du leute ich bräuchte nachkampfwaffe und hier ein ist aber scheiße die wir bauen können ich habe ich kipp dir eine damit muschel klarkommen ich wollte ganz sagen soll ich dir eine geben wo bischof patrick wo im haus im haus wenn du damit zufrieden bist wer dich weint danke ja ist besser als halt äh faust also nur abreden hab ich ich sehe hier so eine quest die hat so einen goldenen bogen verloren im miasma hab ich nicht hab ich nicht hab ich nicht da machen wir die moher verloren im miasma doch die habe ich schon abgeschlossen was der fack erkunde das schlachtfeld der erbauer rücke ist mir verloren doch mal verloren ja das haben wir schon ist abgeschlossen auch bei mir da ist der bogenbeschein hat gerade Papi mehr gegeben bei mir ist der noch nicht abgeschlossen warte brauchst du einen bogen vielleicht ah wait ja das kann natürlich Sinn ja jetzt geben wir wieder zurück ja 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 zerlegen 172 das wäre jetzt eigentlich ne ich denke ich kein problem weil wenn ich dich zerlegt ja 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 schlachter messer geil ich habe schon nur einen grenade launcher underbury gefunden alter was soldert ähm tischsäge ähm äh ja bis jetzt mach ich immer nur erzählen bin ich oder wenn jeden waren gleicher spawnpunkt gleicher loot ich wäre mir froh wenn ich einen anderen spawnpunkt kriege alles gleiche ok die seite will ich nicht looten aber ich kann halt auch nötens durchrennen ohne nichts denn drauf zu gehen deshalb loote ich immer das ähnliche ein bisschen und will dann raus mhm mhm da legt wer äh ich glaube patrick ist ein Roboter oder bespulte man Patrick ist ein Roboter genau ah wir brauchen noch wir brauchen noch Wasser uff ja ist halt das Problem deine Hand oh ja der Boss ist Patrick gone der Boss ist fucking up alter da ist wieder ein fucking grenade launcher der mit sein internet wenn die Freunde so wenn der neben ihnen äh überher wohnt dann hat er es besser und morgen wenn er Pumper wohnt soll es glocken ein schlechteres internet wird schwierig dich äh weil sein internet ja gar nicht bad ist ne also äh halt nur connection wise aber download wise ist das internet eigentlich ziemlich gut ziemlich gut tue ich das nicht sagen besser als meins ich bricht halt nicht ich hab ne ich hab ne 50er leise ja ja ich hab ne 50er leise ja ja ich hab ne 50er leise oh mein Gott der Boss ist so close bei mir da muss noch ein bisschen Wasser rein oh mein Gott ich will Alter dritter Weltkrieg bricht bei dir doch aus oder was ich kann lieber auf jetzt schießen ich kann lieber auf jetzt schießen jetzt was glaub ich denn dies war so jetzt machen wir noch ein bisschen Flachs 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 ich schießt irgendwo gegen ne Wand oder so Mortgames hatte ich einfach ne ja das rindert nicht bis hier hin deswegen seh ich den Loot ne next game ahja kann ich nachher mit Grenade Launcher durch die Gegend drinnen oder so fühlt sich ja mega angenehm an so das ist disgusting mhm ahhhhhh ja wann machen wir denn jetzt du hast ja noch 81 Eisbolzen drin Kevin die brauch ich ja nimmer ich hab doch das ewige Eis achso das ist ja ein unendlicher Spell dann gehen wir Feuerstelle für die Bäuerinnen wo ist mein oder Tischsäger für den Dings oder die erreiche die Hauptstadt Leuchtenstein wo ist mein unendlicher Fein wo ich schießen kann das weiß ich nicht keine Ahnung gönnt Stefan nicht natürlich gönnt ich oh ging nie nee 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 äh ich würde das ich würde mal das Fragezeichen da machen äh was direkter über uns bei dieser kleinen Feuersteinmine rechts daneben ist von der hochweiden Warte kann man da hin schnell reisen hat er sich auch noch mal entschieden online zu kommen oder auch nicht oh der ist gleich im Ripp du hast gemutet Mut ein 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 mutiger boi so okay du dich mal hin ich ach Mensch da bin ich ja schon wieder ich war schon mal zweck Patrick ja ah ok Komplettinternet-Ripp oder Warnung war diesmal was diesmal was internet ja no spring spring du Ratte no oh kein Magier oh no ähm ich wollte gerade sagen ich habe nichts auf meinem Rücken oh Gott ok mit dem Ding kannst du aber wirklich weit fliegen der hat echt wenig äh Abfall ne Abfall der einzige Abfall ist der der vorne am Gleiter hängt so hier soll das Ding sein ja jetzt schön wo das Vorträg kommt naja oh ich seh noch 5 1 auf 5 ok 1 auf 5 ok und direkt nochmal rechnen nein da ich muss mal was essen schnabulieren und was trinken no hate fabian aber ich brauche mir meine neue waffe sie ist besser weil deine ist jetzt auch backt und gone einmal rum bitte sehr cool wenn das gehen würde es hat aber damage bekommen also ja ja wir dauern schon hin ne das ist so richtig kiste aber hier braucht man die durch so hier geht es lang wie hochgekommen alles hat wir können jetzt hier runter kann das sein hier ist jetzt wieder ganz hier ist ganz normales mir erst mal weiß ich nicht keine ahnung fliegen wir noch auf die andere seite und holen uns den funken da wohne ich den ganzen schon mal nicht ah ich sehe da hinten die mir erstmal wurzel da bin ich jetzt hier im satz runter gesprungen oder was nein nein standort zieht ja ich versuche da raus damit wo geht's da raus da raus folgen sie michi michi wer ist michi da hab ich noch nicht sagen datenschutz oh ok datenschutz ok da gleitet man hier ganz über die map drüber und sieht rechts ein verkacktes braunes holzhaus mit diesem glitzer blauen kasten aus leuchtstein oh mein gott fast hätte ich bespauen let's go das war das erste mal jonge wie weit du mit diesem gleiter fliegen kannst das ist geisteskrank naja auch schon gerade gemerkt ja das ist echt gut ähm irgendwie hoch komm das ist doch bergzieger oder jawohl natürlich ich oh lol es gibt einen dreck nein kevin guck mal zu deinen rechten so ein fick bist du doch warte tja hei also zu meiner rechten ja ahja ich springe kevin springt vor dem er erst so wenig ab und zu hier noch das muss das ist wichtig ich muss lernen ich muss sie lernen wenn man stirbt nur gut die anderen waren es die von dem ziemlich erfolgreich in Ordnung aber jetzt sterbe ich jetzt geh ich mich in den Check rein ich würde gern ganz oben zum Refugium der Flamme weil da haben wir noch eine Quest von der Stadt von der Bäuerchen ganz oben Refugium der ganz oben rechts meinst du ja wie ganz 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 fette ganz fette wir haben nur sogar ein Zuhause in der Nähe ja links davon ja aber der hat keinen Weg dahin dein Ort da wo das Zuhause ist komplett von Jasma umhüllt oder von noch nicht entdeckt wenn du M drückst oh ne Bild der Chi dabei was wieso aber wie kannst du dein Bildschirm sehen Patrick äh ich kann das immer was ich kann das immer aber ist das da ah das ist aber wieder das Eisen ne äh ne das Leben oder Leben das brauchen wir aber auch noch ganz viel habt ihr es abbauen eigentlich geskillt nö ne ich schade das macht wirklich einen großen Unterschied ich glaube bestimmt aber wir sind auf jede Art von Damage angewiesen das wird mir jeden Damage Punkt missen natürlich natürlich genauso same bin auf jeden Damage bin auf allen Damage angewiesen ich nicht ich hab ne gute Waffe ach ne die hab ich ja nicht mehr hattest damals Patrick der schon noch ja die guten Einzeiten warte ich kann ja mal ein bisschen ich kann ja mal ein bisschen ich kann ja mal gucken ob ich noch was skillen kann Checkgebäude du hast gar keine geilen Spawns alter aber ist das Dusselgebäude oben hmmm ich wüsste halt gerne was Miasma Schaden bedeutet und vielleicht noch macht man im Miasma noch irgendeinen zusätzlichen Damage ich weiß es nicht noch antworten ja ich auch das ist ein Spieler auf 100 Lehmklumpen wir können weiter oh ich hab keine Daten vergessen uff fuck okay weil ich ja jetzt was ist das der hat Granaten der hat gleich der hat sich gott nee ist derselbe der schießt einfach nur haste hatt gedacht ich bin entspannend Ich hab noch 3 Punkte zu vergeben, was holen wir denn da? Äh, hier ist ne Höhle. Ich schieß da einfach nur, ich geh looten, was willst du? Oh no. Warum steht hier eigentlich Holzgerüst A rechts auf meiner Seite? Weil B. Bro. Das ist ne gute Frage. Ja, ich weiß auch nicht, warum das da herrscht, warum das da steht. Ich steh jetzt. Ah, du warst... Guck dir Arsch, bin ich. Das ist auf 40. Die Waffe hier ist nicht so geil. Ich kann nicht mehr aufhören zu schießen, der pre-fired alles. Der ist nervös. 3. Okay, ich sollte laufen. Warte, war das hier die ganze Höhle? Ja, die wollten wir ja nicht. Warte, aber was ist das da oben? Warum leuchtet das so wie jetzt? Jaa. Das ist Leuchtenstein. Achso. Kannste abbauen. Kannste abbauen, kannst noch so Kasten nehmen und so ausbauen, sieht super scheiße aus. Oh, noch Patrick, äh, Patrick. Kevin um einsperren. Was? Genau. Na nie. Was ist denn das? Ich bin hier hochgeflogen, runtergeglitscht und jetzt bin ich so gut wie tot. Guck dir mein Leben an. Hm. Hello. Oh. Äh, ja. Same. Der muss da oben ist wehen. Wir müssen da oben gucken. Ganz sneaky, er. How do we get up there? Äh, so hier. Ja. Fuck dich, genau. Ohne Frage. Gut, also ich werde da drüber kommen, aber ich hoffe, dass ich da durchkomme. Ne, wir können doch da hinten einfach hoch. Hinter uns. Hinter uns auf dem Ding ist ja auch noch ein riesiger. Glaubt, ja, ich glaub da geradeaus, da geradeaus sollte gehen, oder? Ich werde doch einfach rüberfliegen, oder? Ja. Oh. Oh, ne. Oh. Maybe. Oh, mein Gott. Fuck, kein Damage. Fuckin hell. Ist hier ein Brustkegner? Was? Brustkegner? Ah, ja. Oh, Dörnerfüße. Dingspumpsen. Wo ist denn der? Oh. Da kommt der. Ah, so und so. Ist doch noch. Ouh. Au. Ja, du bist jetzt. Ah. 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 Patrick mit seiner guten Waffe. Er darf jetzt den legen. Zauberschab-Action. Ah, geht. Ja. Hallo, Morav. Wenn der Krieger so viel Töte durch eine Waffe da aus dem Mario wird. Easy. Geil, zwei Waffen hat er gehabt. Ne, warte, den will ich nicht zuerst aus. Ich habe meine Erhörer vorstehen. Ich habe zwei Waffen bekommen. Also einmal einen Kurzholzwildbogen und einmal den Bogen des Brutkommandanten. Level 15. Legendäer, 17 Kraft. Ja. Ja. Ist so gut. Ja. Ist er. Von Zaubererhut. Zaubererhut, ja. Ja, Zaubererhut, definitiv, ja. Hast du den nicht schon? Ne. Ich habe Zauberstiefel, Zauberhose, Zauberhandschuhe und mir fehlt der Hut und das Hemd. Das würde mir stinken, wenn ich du wäre. Oh ja, ich weiß. Nur ein halbes Hemd. Nur ein Alchemiehemd. Oh, Dankeschön. I appreciated. Oh, oh. Habe ich zweimal derselben Bogen? So, wir können mal, wir können mal gucken, dass wir nochmal so einen Brunnen finden. Oh, ich will finden. Okay, glaube ich. Was? Aufwertung, der hat 28 Angriff. Die Fähigkeiten sind... Waschen gleich. Gut, dann juckt's nicht. Manche Zweischöck ausrüsten. Kannst du. Deutlich gleichzeitig. Aha. Gatling Gang, oder was? Gatling Gang, oder was? Auch mal. Bergziege. Ich verkack die Bergziege. Ich bin stuck im Berg und ich glitsch komplett runter. Perfekt. Ähm, ich glaube, hier ist aber Schluss mit Bergziege. Nein. Verdammt. Oh, halt. Ich hab... Ich hab irgendwie... Ich... Ich hab's... Oh mein Gott. Ich hab's noch beste Bergziege. Wir haben, glaube ich... Wir können, glaube ich, keinen Altar mehr bauen. Ähm... Oh, jetzt wird's schon wieder dunkel. Irgendwie ist, äh, echt sehr, sehr viel dunkel, ne? Na? Oh, Bergziege. Müssen wir hier nicht... Müssen wir hier nicht... Hier links? Ich seh'n Berg, Kevin, ich muss da hoch. Lass mich schon hoch. Bing! Ja, das macht gut. Da kann ich mich da festhalten in der Lücke. Wo komm ich dann hoch? Was ist das? Oh, sind die Miasma? Wo ist denn die Brücke? Ähm, gute Frage, nächste Frage. Ah, das ist nur so eine Miasma-Kuppel. Komm weiter durch die Kuppel durch. Jaja. Ah! Wenn ihr ein Ding habt wollt... Oh, fuck. Oh, Leute. Oh, Leute. Warte, ich geh Kevin noch kurz einmal. Äh, oh. Ich gab die Sau ein. Holy Shit. Wir haben hier vielleicht schon ein bisschen was zu tun, dann. Hä, wieso? Du wirst schon sehen, das sieht noch vierer Kunden aus. Mensch, das Ding baue ich ab. Ähm. Das ist da, braucht keiner. Ich geh ein Ding... Ich geh eins abbauen, dann kannst du gleich entsetzen. Ja, saug Bescheid. Äh. Geht's hier rein? Ne. Äh. Ab. Äh, ist da noch Zucker. Wir müssen noch weiter hoch. Was ist denn mit euch? Ich bin glügend Platz, nicht gewinnig. Platz. Naja. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Alter ist geplast. Was ist? Wenn ich jetzt den Altar hier wieder reaktivieren würde, bevor er komplett weg ist, haben wir dann noch einen Altar mehr als 50. Dann haben wir das ganze Game-Fakt wahrscheinlich auch in der Game-Mission. Die Welt explodiert eigentlich auch. Ja, so, das klingt vernünftig. Oh mein Gott, das floss da. Ja, man wünschen, man kriegt zwei Kunden dann noch. Ja. Ja, du kannst dich spoten, wenn du willst. Ja. Hier sind halt noch so ein paar Fischer gewesen, deswegen. Ah, Fischer. Die armen Fischer, die versuchen auch nur ihr Leben zu leben. Wait, warum kann ich nicht? Während ich im Miasma bin, ich bin nicht im Miasma. Oh no. Hast du da Miasma wieder verbackt? Jo, ich hab wieder Miasma backt. Jeder, das... Ich schock einmal neu. Ich weiß nicht, ob wir da rein sollen. Da steh ich nicht vertreten, weil das wie rot ist. Ja, nur das. Aber Häuser. Ich weiß nicht mehr, ob ich da hin... Warte, wie viel Holz hab ich? Ich kann den Gleiter bauen. Guck mal auf mich, guck mal auf mich, guck mal auf mich. Hm? Ich hab dir eine Granate geworfen. Ach, scheiße, das stand doch nicht auf mir. Das sah eben so aus. Nicht effektiv. Hm. Hm. Na grad den Gleiter bauen wir dann. Ah. Hast du den Gleiter noch nicht? Nö, kein Miasma holzgott. So. Apropos. Ich müsste meine Waffe reparieren. Oh Gott. Ich hab jetzt so eine Pillowaffe. Die geht ja nach drei Schleinen kaputt. Nö. Und wir haben keine Leinen mehr. Und ich kann die dann herstellen. Flachs. Flachs. Da hab ich gesagt, wir brauchen noch ein Wasser da drin. Dann haben wir nur mehr Flachssamen. Ja. Die müssen wir erst an Samen anpflanzen. Dann haben wir Flachssetzlinge drin. Ja. Die müssen wir erst anpflanzen und das dauert ein bisschen, bis sie wachsen. Dann brauchen wir einfach nur einen Skelett, aus dem wir Knochen bekommen. Knochen können wir dann zu Knochenmehl brauchen. Knochenmehl brauchen. Knochenmehl und dann wie in Minecraft oder was einfach das Knochenmehl benutzen, damit die schneller wachsen. Weißt du das? Keine Ahnung, ich hab geraten. Gut geraten. Ich hab einfach geraten. Ich hab einfach geraten. Ratten. Ratten? Was? Wir haben einfach nur Ratten. Einfach nur. Mal. Und du hast gesagt, du tust verrecken. Lügt noch. Dancing Gun. Hast du einen Spieler im Bildkuhl oder? Äh. Weiß ich glaube nicht. So, einfach mal weggeleetet. Oh Patrick, läd dich mal hin. Lügt dich mal hin. Nacht mal 40. Wenn du nicht auf 30 FPS mit 100 spielen könnt, dann wäre das ... Warum kann ich eigentlich nicht noch weiter raussuchen aus der Map? Ich würd gern mal wirklich die komplette Map sehen. Das ist wirklich schon scheiße, Kostümeck. Naja, ich würd's aber gerne in ihrer Komplettigkeit sehen. Ja. Jo. Oh, 16 Spieler können auch mitmachen, okay? Oh, Platz hast du für. Hat jeder sich ein eigenes gigantisches Baseball, ne? Ich wollt grad sagen, aber mehr als gigantisch, ne? Also ... Patrick weiß nicht, ob wir da hingehen sollten, aber ich würd's sagen, ja. Naja, safe. Da ist doch die ... Du hast doch die Quest, oder? Ja. Ich würde potenziell verrecken, aber egal. Naja, genau, da ist die Quest. Dann wird bei mir sehr knapp. Ah. Hier geht's auch. Locker. Oh, hier ist was zum Leben. Oh Juck, was ist das? Wo bist denn du jetzt schon wieder hin? Ich bin ein bisschen weiter geflogen. Ich extra nur hier zu diesem Rand, damit wir gucken können, was wir machen. Der bedenkt sich rein. Hopp, blablab. Ich kann noch was killen. Moment. Hopp, hat Spitzing geblendet? Ja. Ich schaue den wir schon. 13 Kil. Ja, das hat so viel gegeben, dass wir das da jetzt erkundet haben. Oh shit. Du warst schon zum Leben gefunden? Klopf, klopf. Hier oben? Oben in dem Häuslein. Hier in dem Häuslein? Ja, aber oben. Oh. Da ist ein Gegner. Da ist nochmal so ein Brut. Baba. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt ist ein Speicherpunkt den Häuslein. Hab ich ihn? Absicht mich jetzt herauszufinden. Ja. Ja. Macht nichts. Den mag ich. Na kein Ding. Ja. Er ist stuck. Oder doch nicht. Aber nicht nur einmal One-Tappen bevor er stirbt. Mit Tothandschuhe habe ich nicht gefunden. Die braucht ja keiner. Aber Handschuhe? Nicht, nein. Ich brauche ich mir nochmal Essen? What? Wo ist mein ganzes Essen hin? Oh, hier ist ein Keller. Guck mal, Keller. Gehen wir lachen. Ah, der Keller hat einen Ausgang. Okay. Ist aber voll gemeint. Oh nein. Käfer. Freutige, dreckige Käfer. Ich habe hier einen Spawnpunkt über die Brücke. Ja, habe ich eben schon gesagt. Den hast du gesehen, ja? Ja, den habe ich ganz freiwillig herausgefunden. In dem ich nicht so etwas rumgebracht habe. Du, Alter. Jetzt sind mehrere Sachen zum Lesen. Leute. Alter. Das ist dumm. Geist du das. Leider? Das sind mehrere Sachen. Ah doch zwei. Ne. Geist, jetzt brauche ich auch Mana. Oh wie jetzt… Äh, übernimm nicht meinen Job. Ne, keine Sorge. Oh, nur ein Sorge, ein Job. Nö, 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 nö. Alter, du musst wirklich pumpen und machst so ein Minigame dann? Ja. Loll. Loll. Ich bin zu schlecht dran. Oh mein Gott, ich hab zu viel oft verkackt. Ich hab immer meinen Arm gebrochen. Was? Das geht auch? Ja, Fracture. Kevin, Kevin, hinter dir. Guck mal. Ja. Ich sag uns, ihr Sport ist Mord. Ja. Was ist da? Ich weiß, das hat nicht funktioniert. Ich hatte nicht genug Mana. Da ist nix drin. Ich wollte, dass du auf mich guckst. Ach so. Er wollte einfach ne Beachtung von dir haben. Ah, kannst du jetzt, äh... Nicht nach oben. Dafür brauch ich Mana. Ah, okay. Ich muss jetzt mal ein bisschen was von der Scheiße hier verkaufen, Alter. Cool. Ich kann jetzt nicht einfach nochmal rin gehen, wenn mein Inventar ist. Jetzt noch was zum Lesen. Homing. I'm coming home. Ah, ne. Das ist ne Miasma Zeit Ding, aber... Ist doch gar kein Miasma. Im Haus nicht, aber in der ganzen Stadt schon. So, dann kann das da einer aktivieren. Äh, was ist das da? Wieso rot geleuchtet? Ich hab hier eine Tür, die man nicht öffnen soll. Warum sollte man den treffen? Wieso? Wieso? Ich hab hier keine Bomben mehr. Komm mit. Mach mit, Kevin. Ähm. Ich kann nur kurz weggehen, weil ich hab auch noch Bomben bin. Ich hab fünf Stück geworfen. Na toll. So geht das, Patrick. Alle guten Dinge sind sechs, ja. Ich wusste's. Ich hab noch sieben, Achtung. Erreiche die Hauptstadt Leuchtstein. Das saß aber nicht. Ich hab keine mehr. Warte. Lass. Einmal kurz weg. Achso, das war noch. Ja. Es gibt kein Freddy. Einfach wirf. Alles nur durch unsere harte Arbeit. Ähm. Hallo. Guten Tag. Der. Was? Der ist so cool aus. Oh mein Gott. Ich mach's drei. Na toll, wir mit zwei. Ja. In der Zeit ist ... ich hab den andere. Ich hab welche. Ich hab einiendommen. Warte. Sehr gut. Oh mein Gott. Ich hab die. Ich hab die Luftgefind. ACH. Was macht der? Ich hab den Griffflücher. Ich hab ihn sicher. Aufwand. Ich hab die Luftgefind. das kann man nicht blocken ich habe keine ich habe nichts zu essen ich bin mensch wenn ich eine waffe hätte die mehr als 20 mitmachen würde das wäre maximal gut jetzt nur für 20 punkte greift und von ihr außen und ja 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 die artillerie würde immer so schießt ihr problem ist halt ich habe extrem wenig leben und auch nicht mein volles mana weil mir fehlt nämlich zu trinken hatte trinken essen alles sind hat mich gut aber wenn er sich auf das habe ich in einem video gesehen von dem du okay ich bin gewartet von ich würde mich selber noch irgendwie noch ich habe mich aber auch alles gut als er sich aufbauen war dein job wenn es aufbauen fucking gott Das ist schwierig, wenn wir mit dem Rücken dann spielen. Ich freue mich an. Ich brauche mich noch. Au! Einer muss leben! Einer muss leben von euch! Ja, 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 ich bin dabei! Ist doch klar! Ich darf nicht. Du klatschst, wollen wir jetzt eine halbe Stunde hin und her in der Rad? Ja, 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 auf jeden Fall. Ey, ich würd den bekommen, denke ich. Noch relativ blockatischen Damage. Das einzige, was das Problem ist... Ich muss halt... Ich muss halt... Äh, das ist kein Mana. Ich muss meine Waffe vielleicht ein bisschen... Ich hab keine Pfeile mehr, ich kann nicht mal in den Mund schießen. Und dieser Käfer, die schon fügt mich. Ich weiß nicht, wir müssen weit weg, ich wollte gerade zehn Pfeile schenken. Ja, ne, die drei Käfer, die füllen ich. Oh mein Gott. Ähm... ...Walzwerden machen. Keine Ahnung. Ja, natürlich kannst du jetzt keine Waffe für dich schmeißen. Ich meine, du bist gestorben, sonst könnte er aus dem Mund... Es ist auch der Waffe mit. Oh klar, ich bin noch... ...Handrüber, ich hab auch Sand an dem Plan. Ich lasse nur mal die Dinger hier. Ich sterb. Du kannst so viel Damage machen, wenn du dem einmal in Small schießt. Ja. Alter, ist das ein Lächter. Ich bin dead. Ich bin dead. Ja. Hm, wunderbar. Warte, ich. Wiederbeleben. Wieder. Meine Waffe ist halt gleich im Arsch. Die Waffe ist gleich im Arsch. Und... Nein, bloß mein Fein hin. Und abbauen. Würde ich Damage machen? Wäre das da so easy. Der muss noch einmal Small Off machen, dann haben wir ihn. Locker easy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Locker. Habe ich euch mal auch easy hier durchgecarriert. Hä? Oh. Wenn der Bäum mit der ganzen Fein sind, dann sind wir mit dem Archer. Waffe dich. Ring des Kommandanten. Schlüssel zur Burg erstellen. Jägerbogen. Was ist das für ein Ring? Ah, den müsste ich wahrscheinlich Kevin geben. Scheiße. Bogen. Ähm... Wie viel Damage macht dein Bogen, Fabian? 29. Und die sind noch für Kevin. Weit weg, Kevin. Oh, ich schufe weg weg. Wollen wir den da bei uns? Weiß es nicht, keine Ahnung. Weiß es nicht, keine Ahnung. Hm, ja. Auf jeden Fall gerade eben gut Kohle gemacht. Rot, Link, Rainer. Für Schinken. Ähm, was mit dem Kommandanten? Guck mal in der Inventarkab, was ich dir für einen Ring geschenkt habe. Ja. Oh, nice. Sehr schön. Schöne. Aber hier noch. Irgendjemand hat hier noch sein Shit liegen. Na mal... Der Bogen war jetzt schlechter, Patrick. Wat? Der Sheriff hat mir nen Bogen gerade gehabt. Ich hab dir nen Bogen geschenkt. Nen blauen Bogen. Guck mal. Was ist denn? Level 15. 24 Damage. Ungeabt. Cool. Nice. Ah, hier ist... Das komm ich noch mal hin. Kann ich mal noch ein Teile dann vielleicht geben, wenn der was rauscht? Komm mal hier! Ja. Kann mich hinsetzen. Kann sein, dass man hier für ne Quest rein muss. Kann... Maybe sein. Hast du dich weggeportet, Patrick? Patrick ist, glaub ich, wieder RIP. Äh. Oh nein. Gut, dass man rumrennt und eh spinnt. Ja. Das hat nicht Vorteile. Aber... Ist nicht. Geil. Oh, Fabian. Oh, Kevin. Aber nur... Hast du schon den Brustpanzer des Bogenschützen? Ja. Dann tut mir das wirklich leid. Dann, äh, halt nicht. Hätte ich ne Henkers-Axt. Nämlich. Jetzt wird ein Stück mehr der Wände. Das war aber ne Zweihand. Egal, mach trotzdem mehr Mensch. Äh... Okay. Wie viel Damage hat die Woche? Äh... Äh... 48. Ja, meine macht 22. 40. Das ist hier aber nix mehr, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Bis dahin. Guck wo ich gespawnt bin. An unserem Dingsibumsi war ja klar. Dingsibumsi. Ich hab' zu euch geflogen. Ich guck mal, wie weit ich jetzt fliegen kann hier. Nicht so weit, weil ich keinen Ausdauer mehr hab. Scheiße. Kann... Bis... zu dem... Respawn-Punkt fliegen. Ah, hier ist noch Gorman, das vergrabener Schatz. Was? Ja, meine Worte. Moin. Hello. War da oben jetzt noch was in dem Dingsbums drin? Eine Truhe haben wir noch gefunden. Oh mein Gott. Mit der Waffe halt. Habt ihr die Schleider geschenkt? Ich nehm dann auch die Waffe. Ich bin schon wieder hier. Kevin? Hä? Ja, ja, ja. Kriegerhose. Äh... Bitte schön. Danke, sag's, danke. Hä? Kann man die Truhe nicht aufmachen? Habe ich schon aufgemacht. Achso. Ich hab' die Quest immer noch. Da war eine Kriegerhose drin. Da hab' ich keinem von euch was gegeben. Ich hab' die Quest immer noch. Ich hab' immer noch den Schlüssel zu der Burg. Die ich gerade eben geöffnet habe. Mit dem Schlüssel. Naja. Was hast du? Hier unten ist auch noch irgendwas. Alter. Ich bin's nicht gewohnt so langsam anzugreifen. Fuck my life. Fuck. Ich hab' vergessen. Oh. Äh. Roadies Miasma. Nice. Äh. Oh. Please lass mich da hinfliegen. Oh, nice. Okay. Klar, dass so funktioniert. Oh, jemand schon ganz hier oben, wo ich jetzt hingehe? Ich bin der Schmuffstuck. Ich geh' erstmal hier jetzt hoch. Noch ne Silberkiste. Breitkolben, Bogen, Marek. Nämmer Platz. Miasma-Wurzel. Ich hab' ne Miasma-Wurzel gefunden. Dann brauch' ich. Bin gleich bei dir. Koffer oben. Moin. Oh, ich sag' noch was zum Lesen. Was rotes. Oh nein, hier ist auch noch ein Boss davor. Hilfe. 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 Warte, ja. Ich bin dead. Lass mich hier wieder alles alleine machen. GG. Ich geb' dir Luftunterstützung. Luftunterstützung. Das ist sehr nett. Hab' ich da mehr Luft hier erstmal? Äh, ja. Schlechte Nachrichten, ne? Ganz schlechte. Boah, ich hab' auch Aggro gezogen. Der hat mit einem Hit, hat der mein Schild zerstört. Fucking hell. Also Luftunterstützung ist vorbei. Ich hab' keine Pfeile mehr. Ich bin tot. Dann. Ich hab' euch. Geh' ich mal wiederbeleben. Oder vorläuft. Ich hab' euch nicht. Äh, ich bin irgendwie direkt in der Nähe wiederbelegt. Nice. Äh, hier ist noch ein Spawnpunkt. Oh mein Gott. Ich komm' wieder dead. Und wiederkehren. Again. Und wiederkehren. Und wiederkehren. Dieser scheiß Bogen. Was zum Kack. Natürlich muss man auch einfach... Oh, f... Mja dammit. Was seid ihr? Mja. Goldkiste. Auch ein Bogen drin. Picke ich auch mal ne Waffe, die ich benutzen kann. Äh ne Geh'n. Äh. Oh mein Gott. 2 HP und... Wie lang wird es wohl dauern, bis ich ihn hab' Ja. Ja. Einfach mit... Keinem HP... Spawned, ey. Weißt du hier wo der respawnpunkt ist? Wo ist der? Nein. 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 Drüber hinaus. Ich hab' den Tanzschuh. Ja, ich bin dabei. Die Waffe ist halt gleich im Arsch. Egal. Ich mach' hinterhalte damage. Ich mach' sau viel damage. Holy shit. Der ist fast tot. Ah Gott. In das... Wirst du verwirrt sind. Ich hab' übrigens noch so in so'n Wurzel gefunden. Geben. Okay. Nice. Wir müssen aber hier hinten durch. Ah, hier ist noch ne Goldkiste. Echt halten. Handschuhe. Hose des Bogenschützens. Vor allem brauchst du Hose? Mhm. Ja, Hose bräuchte ich. Dann kommen sie zu mir. Ja, so gut. Komm. Atme in deinen Nacken rein. Nice. Weißt du. Äh, da gehst du in die lecken Tür. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da liegt was Süßes. Da liegt die Leiche. Äh, ist wahrscheinlich meine. Ich meine. Äh, wenn ihr an mir nachher kommt, da gibt's was zu lesen. Wo? Gut gucken, wir suchen hier. Ja. Hoppala. Hm, wo hier? Ah. Ja. Ja. Nice. Sollen wir noch die andere Wurzel gerade machen? Die war in die andere Richtung. Äh. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, noch ein bisschen Mana-Säcke sammeln, ja. Macht ja toll. Mana-Säcke. Oh, hier ist die Truhe. Oh, da muss ich ja runtergehen. Ja, da ist ja noch eine. Guck mal. Wow. Feuerball. Feuerball, Junge. Okay. Ich komm wieder hoch. Cool. Wir haben einen Doppelsprung halt. Ja, mein Beste. Wo ist die andere? Die war irgendwo hier hinten, wo Fabian und ich grad hinrennen. Wir spielen grad der Assassin's Creed. Da rechts. Hier unten ist auf jeden Fall noch was rotes, äh, zum Lesen. Ja, zum Leben. Obwohl wir hier schon waren. Was? Hier waren wir schon. Aber ich, da hab ich eben die Sachen herbekommen, die ich euch gegeben hab. Hier kommen wir noch ein. Ja, der Käfer. Frauenfunk. Leben. Verlesen. Ach, da ist die Mission. Hier war die Mission. Noch ein Funken. Von hier ist die Merzmarwurzel. Ah ja. Warte, hier ist noch was zu fallen. Kevin. Nicht abhangen. Ähm. 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 Äh, ja, da sind ein paar mehr. Ah, natürlich geht der dann auf mich. Mann. Ja, er macht das schon. Wiederbeleb mich einfach. Beleb dich selber wieder. Der Punkt ist direkt hier bei uns. Ah, Mann. Mann, 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 Mann. Mann, immer am Arbeiten. Ja, was soll das? Wer will nur ein Zauberer hätten, der Fireball casten könnte oder so? Habe ich doch. Mehrfach. Oder Kettenblitze. Aber der macht halt leider. Ne, Kettenblitze. Achso, doch. Ja, Kettenblitze könnte ich auch casten. Aber was wird halt übel? Alles Mana. Ich hab keinen Mana dafür. Das... Das... Ja, das... Frag ich mich auch, ey. Frag ich mich auch, was ich finde. Zauberer bin, ey. Es läuft den Tag auf, aber ein bisschen viel los hier. Heute. Ich bin Zauberer, der die ganze Zeit irgendwelche Gegner tanken muss. Machst du ja fast falsch. Ne, ich mach zu viel Damage. Willst du behaupten, du machst jetzt mehr Damage als ein Bogenschütze, der keine Pfeile hat? Aua, 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 ich bin tot. Ich bin tot. Ne, keine Ahnung. Ne, waaah. Du, meine wilde Fantasie. Du, 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 du. Irgendeinen Bogenschütze, ja. Die facken mich so übel ab. Aha, ich hab keinen Pfeil. Ich bin tot. Hatchbash. Und dann geht... Dann laufen die da immer so wie so dumm rum. Ich hab mich angesprochen. Ja, ist schon wieder da. Haaa. Gegnerbogenschützen sind echt nervig. Mein bester, mein, mein guter Zauberstab ist halt im Arsch. Verschwinden die nicht einfach, wenn wir die Wurzelfähigkeit haben? Ne, ne, ich glaub mehr weniger. Ah ja, das klappt das. Weil, wir sind ja dann immer vorhanden, ne? Nicht immer draufhauen? Ne, das, die, wir haben auch Gegner schon außerhalb von mir erstmal gefightet. Und okay. Und rot. Rechtsbogenschütze, ey. Hey. Ich kann Bogenschütze sind halt immer nervig, ich weiß. Okay, ich dachte. Ab an, 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 ab an. Wer die Pfeil lachen. Weil die Pfeil lachen. Und Bomben. Fucking Bomben. Ja, Bomben haben die auf jeden Fall. Dafür bin ich gestorben. Unklar. Eine Truhe auf acht Käfer spawnen. Ja, für jeden sein. So, gibt's jetzt nicht. Oh, ja. Da war so kack Käfer. Eine verdorbene Axt, Patrick. Eine Einhandachs mit 32 Damage. Nämlich. Oh, du siehst sogar noch nice aus. Mhm. Hier ist ein Brunnen. Kann man da Wasser rausbekommen? Ja. Hier kann man Wasser holen. Ja gut, aber immer nur einer. Ja, ich wollte gerade sagen, immer nur einer, oder? Ja, dann habe ich jetzt ganz viel Wasser rausgenommen. Ja, wie viel Wasser bekomme ich hier? Sieben Wasser. Nice. Hier gibt's einen Keller. Hier ist dunkel. Hilfe. Ja, ich bin gerade irgendwie ein bisschen verpackt. So. Auf die Däsche nochmal. Let's go. Wo bin ich denn jetzt hier rausgekommen? Guck mal. Oh mein Gott, was ist denn? Oh ne, mein Rucksack ist voll. Rucksack. Mal Silbertur. Ich brauch die nicht. Ich hab zwei Funken bekommen sogar. So. So, Patek. Ich hab vielleicht wieder ne gute Einhand für dich. Wenn du von euch hier anguckt, die hat mehr als 32. So. Wobei, ne. Weiß ich nicht. Muss ich jetzt gucken. Auf jeden Fall nen richtig geilen Zauberstab für mich gefunden. Wird einfach 32 Kraft. Ungeabt. Wird einfach. Wird einfach. In der Flamme. Hat sie mal schon die Flamme genommen? Ja. Wie es aussieht. Zwei Stück. Ich habe hier bei mir etwas zum Lesen. Wo? Wo ich stehe. Ich bleib stehen. Danke. Komm hier rein. Man kann hier rein. Hast du einen Pfeifer, gell? Holy shit, wie viele brauch es denn? Ich kann nichts mehr aufnehmen, mein Winter ist voll. Ja, ich müsste auch so langsam mal wieder gehen und so langsam gehen. Kann man hier eigentlich mit einem reinen Schrein nochmal bauen? Theoretisch. Ich habe hier was zum Lesen. Ich kann keinen weiteren Altarplatz sehen. Ja, ich weiß. Dann müssten wir nochmal einen abbauen. Hört ihr mich noch? Ja. Ich habe hier einen Eingang gefunden. Ja, da müssen wir noch einen abbauen. Das ist wohl wahr, ja. Was kommt denn anders? Na juhu. Ich habe einfach nichts mehr frei im Inventar. Da ist auch nur eine Truhe. Hier sind überall Truhen. Ich gehe aber zurück. Und dann baue ich einen Altar ab. Silberkiste. Silbertruhe. Ein sängender Zauberstab. Ah, ich bin wieder im Miasma. Cool. Wieder im Miasma-Bug. Silberkiste. Silberkiste. Warum machst du sowas immer? Mein Gott. Ich wüsste es auch gerne, warum ich das immer wieder mache. Silberkiste. Silberkiste. Eigentlich nicht so, aber naja. Eigentlich nicht so. Ich bin schon am Arsch. War das? Jetzt schon am Arsch. Kann ich gar nicht verstehen, nachdem du... Wie lange wach warst du jetzt? Halb 10. Halb 10. Natürlich. Ich war nur bis halb 7 wach. Lächerlich. Ich habe um 3 Nummer aufgestanden. Das klappt hier nicht. Oh mein Gott. Kevin, hast du einen Altar überhaupt gebaut? Mhm. Hab ich. Hier kann nicht gebaut werden. Lass uns mal gucken, wo man bauen kann. Hier kann nicht gebaut werden. Nicht genügend freier Platz. Hier kann nicht gebaut werden. Nicht genügend freier Platz. Hier kann nicht gebaut werden. Nicht genügend freier Platz. Hier kann nicht gebaut werden. Sieht schlecht aus. Ich glaube, ich kann jetzt nicht bauen. Vielleicht habe ich hier was. Mal gucken. Ein bisschen Bergziegenaktion vielleicht. Nicht. Das ist immer die beste Aktion. Das ist ein Training, wo ich für Bergziegenaktion. Ja. Wohl wahr. Scheiße. Verkackt. Rot ist Miasma. Na toll. Und eine Million von diesen kleinen Dichsfischern. Genau. Ich bin gestorben. Boah. Fucking hell. Hab hier immer noch nicht genügend Platz wäre. Was? Nein. Ah. Ja. Ich hab ein bisschen weg. Aber. den ganzen Dichsfischern. Oh no. Oh no. Jetzt erstmal aufbessern. Nice. Du bist noch hier? Ja. Du bist noch hier? Gar nicht. Wasch göttlich? Also ich bin grad in der Waze. Das ist grad schwierig. Nee. Ich krieg das nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's jetzt. Alles gut. Ich muss mir noch ein bisschen Fleisch machen hier. Bauchrennen. So. Ich hab hier den kochtopfen gebläst. Den könnt ihr auch. Wahrscheinlich immer aufheben. Ja. Nee. Das war die Tür. Stimmt. Jetzt kann ich den. Das hier machen. Ja. Gehen wir weg von der Feuerstelle doch. Na? Ja. Ja. Oh mein Gott. Kann wir hier etwa? Oh. Sehr schön. Bestimmt. Woher kommen wir doch? Wahrscheinlich. Äh. Ein Ding. Wie die anderen Sachen. Haben wir denn irgendwo Fleisch im Überfluss? Ja. Fleisch ist. Ohne Ware, ne? Penken. Nachrum. Die Hälfte. Oh, danke. Penken. Seaxantin. Alles. Und trotzdem noch ein bisschen. Durch. Äh. Wie sieht's denn draußen mit der Setzlinge aus? Äh. Die Setzlinge nicht so nah beieinander. Da. Ansonsten. Wenn du da mit E durch rennst. Weißt du die Setzlinge draus. Der ist einfach nur zu schwach. Weicher ist die Setzlinge. Holy shit. Genau so. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal den Kopf um die Flamme zu verstärken. Ungenehm. Wir suchen. Sehr gut. Das ist ein sehr guter Vorteil. Auch die Flamme. Ja. Ein bisschen. Ja. Drei. sehr schön wenn wir alle kisten voll sind in einer kiste sind noch sechs kupferpfeile drin 10 wasser 10 wasser aus dem brunnen ok ganz oben neben unserem leuchtfeuer ist auch noch eine quest höhle der kuriositäten und sie direkt rechts daneben ist daneben jetzt soll man da mal hin ist ja direkt daneben ist irgendwo da unten naja kann ich da drin landen oh no 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 ich glaube ich nehme das als nein kann man nicht drin landen jetzt habe ich davon verloren ich habe glaube ich gar nichts verloren ok ich bin WTF vorofel muss ich mal wieder essen und trinken und alles andere machen ok nochmal wartet und es sprinte davon was ist unter uns ja ja das ist direkt hier du ich aber hier brauchen wir einen Dietrich hast du einen Dietrich ja ich bin noch dran 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 ach so der hat das für die quest muss jetzt jeder jeder hat immer bekommen und dann hat Patrick eine coole Waffe cool dann die quest jeder hat immer was bekommen was ja jeder muss die erstmal bekommen warte oh lol Zwillingscoil äh nee actually das war schon vorher abgeschlossen aber danke also die nehme ich dann ne also danke ne äh warte Patrick zerlegen 115 zerlegen da unten ist rote mir erstmal ey 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 das sieht aus wie eine Bazooka ja in Handkeule ja auf dem Bild so ein klein wenig ja eigentlich schon ja ja erstmal hier erstmal hier aus dem ersten Mal raus warum können kannst du dich nicht wegwarten ja hä ne äh du leider nicht das ist ganz komisch ja wirklich wirklich ganz ganz komisch ja vergraden boah in den Busch geworfen ganz richtiger Gebiet kommt er ne 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 aber ein schön entspannte immer noch kein links gefunden noch kein bernstein das ist irgendwie ziemlich ruhig das kommt erst in der wide glänze darüber das heißt na super auch ja dort das erbe ich habe da oberstadt des gormander die mensch mich mit gloom an der gormander oberstadt der commander das ist ja das einzige übersicht und die konnten wir noch bild ist wahrscheinlich doch noch relativ weit links oben was wir entdeckt haben wo wir auch zu hause haben zu hause stufe 1 ja 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 er wird noch ziemlich nur lisk forschung ja da will ich auch mal hin steppen steppe 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 stumm und schenke von der welt hier ist nämlich noch was zum lesen ist noch eine goldene kiste ja gut weil du die quäste hat das oder wahrscheinlich hier ist noch was zu lesen trotzdem ist er wieder mir erst mal das wie bei mir immer ja ich bin mir erst mal ich hasse mir erst mal ich lasse mich immer stuck sein ja wir hätten das gebiet hier ja auch nicht hundertprozentig erkundet glaube ich 98 wo ist jetzt hier was zum lesen so jetzt kann ich mir erst mit mir machen ein versteuertes erbe jetzt habt ihr noch einen punkt auf der karte nein ich habe keinen punkt ich habe auch keine quäste er will kommen und da ist denn runter ja der hat da ein explosions fast angepasst so und jetzt müsst ihr ein versteuertes erbe haben oder nicht bisschen weiter rechts von unserem aktuellen punkt ja hier geht auch noch eine tür auf hör grad an das hat sich gelohnt stell mir vor du hättest dich nicht aufgemacht du könntest heute nicht in ruhe schlafen aha double jump haa einzel jump ach 80 meter geradeaus ach so weil jetzt ist bei mir nämlich hinter uns noch mal so das ausbuddeln noch danach links ein verstreites erbe etwa zweimal verstreites erbe ja ja lesen ich habe gerade krassen schiff bekommen moment wache des nord nordens brustplatte und ein zauberer tuniker schenken zauberer tuniker ein verstreites erbe ist hier geht es noch ein oder sieht das aus doch komplett ausgerichtet ausgerüstet jetzt hier hoch sagt dann sagt das war was anders das war auch ein anderes game natürlich jetzt gibt es noch den endpunkt aber er verschreitet erbe jetzt habe ich auch ganz links verstreitet erbe den punkt aber jetzt wahrscheinlich ist das der allererste erste teil und bei mir geht sie noch runter kommt mal rein das ist so ich bin der treuer autodex vom käfer immer sind sie mag ja dann sind es die krieger entscheid ich doch mal es ist immer nur die klasse die du nicht spielst ja okay okay man muss sagen hier terra deinen doppel klingen links das war einfach nur das war einfach nur basteln die wand da waren mädchen so war nicht scheiße auch krieger oder ja er ist wieder da ja wenn ich nicht an den käfern sterben würde ja habe ich noch ein alltag irgendwo dabei war ich hoffe du hast dieses mal bestimmt kann einer mich wieder benehmen oder oder ich hab mir das tut sich zu den 8 millionen nicht ausgegeben aber so netto 23 spieler spieler nein morgen man ist kakroner fallen des scheiß gedöntches Uff, ich bin hier einfach fit, weil sie hat dann Dankeschön Du warst schon wieder da, Kevin Ja klar Ich halte halt auch nicht wirklich was aus Ich habe hier gerade mit 208, äh 286 Damage gemacht Der kriegt so viel Damage, wenn er gestanden ist Uh, jetzt bin ich ganz gut Warte, warte, ist auch gleich kaputt Ja locker haben wir Ja je So 15 Schauen wir mal was er drin hat Den gleichen Schritt wie die ganze Zeit schon Er guck mal den Braucht er den nicht öfter zu machen Hat er irgendwas gedroppt beim Upbauen Ja Und dies von der Förderung Ähm Ähm Ja kann gut sein, ja Ist da nochmal Luft drin? Ja aber hier sind Mobs im Boot Ja gut die sterben bei mir passiv Oder auch nicht, weil die keine HP Leiste haben Die konnte ich nochmal neu öffnen, aber die war leer Wo ist die alte Kiste? Wo ist die Kiste hier? Hier oben ist die Kiste Du kannst die HE drücken Am Eingang Ah, das ist ja klar Du kannst dann da über die Balken gehen und dann nimmst es da an Dann ist er über die Tore Ah die sind unkillable Die, ja ok Sympathisch Nennt man da doch Bergsieger Ach das Ist hier rechts irgendwo oder was? Ist das immer noch da drin? Ach, dammit Komm ich nicht hoch Wo? Hier, hier so an der Seite Ich bin wieder rausgelaufen Ganz so smart Ich soll einfach wieder reinkommen Ich hasse Ausdauer Oh, geil Komm wir da irgendwie hoch? Wo hoch? Ja, wo du bist Ähm, ja über die Mauer warte Und? Mahlzeit Komm mal hier unter mich Hier ist ein Peter will scheiße Was? War der hier vielleicht War der hier vielleicht Ja, im Weg Ja Wie kommt man hier rein? Warte, hier ist eine Tür warte Äh Wo zum Fick bin ich? Ist gar nicht Bin ich mir auch? Ist da? Warum? Können die angreifen? Ja Ja Okay, jetzt müssen wir das herausfinden, wie ihr hier in diesen Gang reinkommt Gar nicht Ich bin gar nicht Patrick Was hast du schon immer gepackt? Naja, ich bin drauf Ich bin hoch Ich bin auch gepackt Ja, dann geh jetzt mal da runter Ja Ruck dich da aber um Ja Warte, du bergst hier, komm Ja Warte, du bergst hier, komm Ja, ich bin nicht so Leute, die sich hier packen können Ja, ich bin nicht so Leute, die sich hier packen können Ja Warte, Fabian, ich geb dir mal die Hand Ha, machen wir gleich mal eine Räuberleiter hier Hi Ach, guck mal Da unten ist nichts mehr Aber guck mal, wie ich jetzt aussehe The fuck, Junge Guten Ich find das sieht mega cool aus Ich will Was? Jetzt gehen wir hier unten durch die Balken durch Ein Helm Dann hier durch Ah, jetzt ist noch ne Tür Ah, ich bin runtergefallen Ah, geil Komplett sogar Hmmmm Yay Ach, I hate it Aber ich glaub Zu Komplett Ripp, ne Na, ich muss komplett am raus rum Muss glaub ich nicht mal kommen Hier vielleicht glaub ich's nicht jetzt, oder? Doch, doch Wo? Da muss es doch die Quest irgendwo ablösbar geben Irgendwo da muss man die Queste abgeben können Kommen sie zu mir Hier hab ich mich schon durchgebaut Du kannst du ganz nochmal sprengen Ich hab das ohne Doppeljagd Doppeljagd Ach, ich hab den richtigen Weg gefunden, glaub ich Den Weg, den man eigentlich gehen Den Weg, den man eigentlich gehen sollte Glaub ich zumindest Ne, den Weg hier Ich glaub net, den man den anderen stellen Kommt man net hoch? Ja doch Ja doch eigentlich schon Hier ist ein Respawn Point Ne? Ach, da kannst du auch hier direkt mit E drücken Oh, mit Minderhaken Ne, hier geht's nicht hoch Ne, hier geht's nicht hoch Ah ja, stimmt, nice Ne, hier geht's nirgends Wollang Jetzt wirst ich gern auf da oben noch was ist Ja, komm schon net hin Ah, jetzt muss ich mich wieder irgendwie hier hoch fangen Vorhin hat den Weg hoch gebaut, das ist das einfacher jetzt Eigentlich schon Weil das ist einfacher Sollte ich, äh, ziemlich Wie sie hochgehen können Ah, hier kann man noch mal rein Wo, wo hochgehen können Ja, gehen wir auf die Däsche Auf die Däsche nochmal Ja, deswegen Ich muss erst mal aufs Dach hochkommen Ich bin hier hinter dem Monster Kannst du mich sagen, dass hier nicht hinten dran eine Tür ist Oh, Leute, keine Tür Hier ist Tür, hier ist nochmal öffnen Oh, ich fahre Ich erkundi hier einmal alles Oh, Juma, keine Ausdauer Du, 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 du Nö Keine Ausdauer für mich Gut, ich muss ja wahrscheinlich auch mal was essen Ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen mehr ausdauer Ich kann auch einfach hier drücken So Kannst du auch einfach hier drücken Kannst du auch einfach hier drücken So Kannst du noch was zum Lesen oder was? Hab den richtigen, richtigen Weg gefunden Ja Ja Ich streue ich das her Da war nur eine Kiste und da war meine Rüstung drin Der Helm ist nicht schlecht, ja Der Helm sieht echt nicht schlecht aus Ja, dann guck uns beide an Ja Guck dich an, Farian Also, na gut, ich bin ein kompletter Montur jetzt Ja, jetzt wirklich meine komplette Montur Aber ja, der Fall war schon mehr auf ihm, Mario Dein Hut ist Der ist sehr abgeflacht worden, ne? So ein bisschen mehr als Ja, klar, Farian Kommt man nochmal hier runter, dann zeig ich euch mal den richtigen, richtigen Weg Der will uns den Penis zeigen Den richtigen Rasen Ich bin runtergefallen, tschau DG Weil ich eh gedrückt hab Das ist der richtige, richtige Weg, was? Ja, oder was? Da war wieder ein ehdingsbums Also hier hinten müssten wir wahrscheinlich irgendwie lang kommen Oder hochkommen Ne, doch nicht Doch, es ist auch nicht der richtige, richtige Weg Fucking hell Es gibt keinen richtigen Weg Man muss sich hier immer abwaggen Wagen Wagen war schon immer die Lösung Mhm Ah, eine Tür, die ist verschlossen Ich finde das Gebiet hier echt cool Ich kann sie so viel entdecken, what the fuck Ist auch gut Wacht War nichts Ist auch nix Nein Ich bin auch zugefallen ist mein inventar ist wieder fast voll guck mal was ich kann ich bin immer noch fabian habe ich dir auch den blitz geschenkt und feuerbälle zwei fähigkeitspunkte dann krieg ich eine heilaura um mich drumherum dann heile ich euch passiv die ganze zeit endlich der supporter hat seine rolle gefunden sollen das jetzt ich kann mich immer nur neben einen stellen weil der eine ist range und der andere ist meine ausrüstung sieht mit der brust hier viel geiler aus und erfahrungsschrift rolle jetzt ist halt leider viel schlichter jetzt sehe ich gefährlich aus mit meinem holz schild streng die schweck junge ich habe immer noch ein verstreutes erbe dort war ja ganz so tatsächlich unter der bretter bude auf geht's 300 meter der bretter wurde was wo wie was der ort heißt bretter bude ach du hast was neues jetzt ich habe die ich habe nur noch verstreute erbedinger ne ja 1 2 3 4 stück dann jetzt ne wir können das nur was an ist ein wenig buggy noch mal kräftiges Nein! Ich bin nicht dead. Oh, ich bin dead. Ich bin dead. Du willst Rottemir erstmal gefallen? Ja. Natürlich. Du bist auch gesund. Du bist auch gesund. Wo bin ich denn jetzt? Äh, hier. Äh, wo? 73, 72 Meter. Ach. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen hasse ich viele mit Ausdauer. Ich könnte... Ich könnte so langsam kotzen. Ich könnte sich einfach nicht frei bewegen. Ja, fisch. Ich verstehe. Warte, bin ich. Ich verstehe dort mit einem Dorf. Keine Ausdauer mehr. Da oben ist ein Anker. Punkt. Gut. Das ist jetzt auch nicht, oder? Perfekt. Hm. Aber ein Ausdauersystem machst du doch normalerweise nur rein, wenn du entweder willst, dass die Leute dodgen oder du willst, dass die Leute nicht unendlich Damage raushauen. Ja. Wie ist es aus mit unendlich Damage blocken, weil Ausdauer geht glaube ich auch aufs Schild? Ist ja beides hier, also ist ja alles hier gegeben, oder? Naja, du hast ja keine Ausdauer verbraucht beim Angreifen. Ja, aber beim Dodgen. Beim Dodgen, ja. Aber ich glaube, du musst halt dann wirklich dodgen, oder? Was? Ähm, der Riese, der dich one tapped hat, den willst du nicht dodgen. Also, also ich, also ich müsste glaube ich, ich müsste glaube ich, wenn ich halt nicht, also wenn ich nicht angreife, müsste ich nicht dodgen. Aber ich, da könnte ich einfach immer weglaufen. Also dodgen im Sinne von rollen, ne? Oh, Leute. Ich würde so dodgen, allein schon wenn die Flankenkämpfer sind. Aber die sind sowieso immer nervig und schützen. Die kann ich mir schlecht blocken. Oh mein Gott. Ah, wir haben jetzt was schon da draußen. Wir müssen da draußen sein. Viel angenehmer. Okay. Ich wollte noch ein Achievement haben bei Steam. Ah, der hat mich im Blink, ähm, gekillt. Ich wollte dodgen. Äh, aber er hat mich im Blink, ähm, gekillt. Im Blinken. Wollen wir Kevin hoch? Ich geb dir noch ein paar Pfeile. Hinter dir Patrick. Hast du angegriffen? Ja. Jetzt bin ich dort. Oh oh. Oh, duoolmi. Komm Tu. Uh. Ja. Der gibt nur auf, Kevin. ja ich sage ja im deutschen kann er mich killen daher erst gleich steht ein treffer und kann nämlich im deutschen kennen weil wir so dumm zum deutschen können ist ein lebens lieber wieder behebungsszenen lang hier aber hier sehen wir uns wieder blieben auch wenn das uns nicht passiert natürlich ganz klar also leute genau das war nicht wirklich ich würde es gut dass man bei leitern keine ausdauer verbraucht zumindest zumindest beim fortbewegen würde ich kein würde ich gerne keine ausdauer verbrauchen das wäre geil ich schenk dir sachen schenk dir mal kevin kevin schenkst du mir bitte nochmal das ist glaube ich elffach du wirst du ein achievement bekommen haben oder hast du keins bekommen echt nicht das achievement lautet finde alle vergessenen wache des norden ausrüstungsteile 10 prozent des spieler haben es schenk mir das alles an kevin und guck mal ob also ich bin dabei jetzt ich habe da noch ein stiefel nichts aufgekloppt crazy jetzt lockig aus kevin bei mir ich habe auch nichts da fuck ja mir reicht der helm würde den helm wieder haben weil der cool aussieht gut aber ich habe auch die handschuhe jetzt nicht die handschuhe fehlen ich habe keine handschuhe ich habe keine freundes nordens stiefel hose brustplatte helm aber handschuhe nicht scheiße dann kann es sein dass sie vielleicht in der kiste liegen in der base hey nein mein helm danke also ich habe mir erreicht dass dort die rüstung schlechter als meine die sieht nur geil aus egal so äh wir haben noch und da ist noch was anderes aufgeploppt ich leite mal hin wo links sie liegen das ist bei mir nix das nicht direkt über dem direkt über dem ähm über dem erstmal wurzel mhm also jetzt hier in 40 meter geht der nicht drüber aber das hat die menschen hier ein verstreuttes herbe nochmal direkt über dem ersten wurzel genau das hat der doch noch nicht oder es ist nur das dafür da dass er den punkt nicht mehr verkatert hä ne alle punkte sind weg nur noch das ist da ja das war das allererste wahrscheinlich können wir das jetzt mal wiederholen wahrscheinlich ist voll einfach verpackt ich dachte das allererste wäre da irgendwo in der mitte zwischen zuhause 1 und zuhause 2 gewesen nicht über der miasma wurzel das kann sein dass ich da das erste schon aufgehoben habe und das auch die quest war doch nicht als perreste und nur patrick hatte die in der richtigen reinbrüge hm wenn der doch jetzt nichts hat dann ne ich geh die base das würde ich sein dass das alles verpackt ist hm wissen doch die quest allgemein haben sie nicht warte ich geh mal hin wenn ich etwas auslösen kann dann äh wissen wir es ja dann kannst du fest nochmal neu machen ja ja jas ja 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 so hier hier ist eine rolle drüber in der nichts ist habe die handschuhe gefunden sie waren tatsächlich in der kiste was ist denn das das ist nur eine truhe ach das habe ich es nicht ich hab mal die nacht weggeschlafen jetzt eingemacht Dankeschön Ah ne, das wird durch das Ende okay okay Mann Gangshot Oh Mann, Mann Zeige Zurück Zurück Gut steht denn das, ey So Oh, and now Okay Shit Mei, so Das ist komplett verwarrt. Tutti, komplettti! Reisen wir zurück. Soll das ein? Nun. Dann kein anderes Messer. Dann bin ich noch nicht so öffne. Aber wir werden auf die Masse fangen in der Mitte ein. Biasse fangen auch an den Hunden. Dann gehe ich seit dem Hunden in der Mitte. Der Hunden dass es nicht so öffnen ist. Dann sind wir die Hunden zwar auf dem Lüge. Kommt schnell ab, lass mich streben. Ah, Twists. Okay, gut, aber ich glaube, ich habe für heute keine Lust mehr auf Entschrodet. Okay. Das wäre jetzt für mich. Damit dann auch erstmal für den Stream. Alle, die den Stream gucken, vielen Dank fürs Zusehen und wir hören uns demnächst wieder. Demnächstes. Bye, bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020